so hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen zusatz stream im android kurs ich hoffe sie können mich verstehen und sind jetzt dabei wenn wir heute noch ein letztes mal uns ein bisschen mit dieser einheiten converter aufgabe beschäftigen wird ich würde heute gerne ein bisschen was abschließend von dem was wir in den letzten beiden sitzungen angefangen haben und dann sehen sie heute auf jeden fall noch wie wir die logischen inhalte die wir in den letzten beiden sitzungen implementiert haben mit dem user interface der anwendung verbinden können sind heute wahrscheinlich in einer etwas kleineren runde aber das macht gar nichts die anderen mitglieder vom kurs können sich das dann ja im nachhinein als video anschauen ich hoffe diejenigen von ihnen die da sind können mich hören und sind auch soweit dass wir gleich loslegen können wenn sie möchten können sie gerne halt kurz hallo in den chat reinschreiben aber ich würde dann auch direkt mal loslegen ich habe ihnen den link zu dem letzten stand den wir erreicht haben schon gepostet und ich würde gerne kurz noch mal zusammenfassen was wir am letzten freitag erreicht haben und dazu können sie wie immer mir direkt mal folgen in den quellcode hinein wir haben uns in der ersten sitzung ja damit beschäftigte wie wir das user interface dieser anwendung durch verschiedene fragments gestalten können wir haben das dann am anfang der letzten sitzung am freitag ein bisschen umgebaut und sind von dieser idee dass wir über vererbung und einer abstrakten basisklasse für diese fragments unser user interface aufteilen weitergegangen zu der idee dass wir ein einzelnes fragment eine einzelne fragment klasse erstellen die es uns ermöglicht innerhalb der anwendung die drei rubriken länge zeit und masse abzubilden bzw die konvertierung der inhalte dieser drei kategorien abzubilden und haben oder wollen dafür dass dann wenn diese einzelnen fragments über unsere navigations grafen gestartet oder geöffnet werden die richtigen einheiten konvertiert werden ein feature von android nutzen was ich ihnen am freitag vorgestellt habe nämlich die möglichkeit das zeige ich ihnen auch schnell noch mal dass wir innerhalb dieser fragment navigation die wir aufgemacht haben über so genannte argumente jedem dieser fragments die dann am ende von der sitzung alle auf der gleichen klasse basiert haben jeweils spezifische argumente übergeben die wir dann in der on create view methode von den fragments wieder auslesen können das war so die änderungen die wir am user interface vorgenommen haben behalten sie das mal im hinterkopf weil wir da gleich relativ zu beginn noch mal kurz reinschauen werden und noch mal ein bisschen was umbauen werden nicht umbauen aber wir müssen zwei drei zeilen ergänzen damit wir die app wieder sauber starten können und was wir ansonsten gemacht haben ist uns gedanken über diese einheiten an sich zu machen ich habe ein bisschen darüber nachgedacht wie man diese ganzen längen massen und sein zeiteinheiten innerhalb des codes strukturiert abbilden kann und die lösung die wir implementiert haben war es erstmal diese ja kategorien an einheiten abzubilden über dieses quantity enum time längs und maß das waren die drei wesentlichen kategorien die zu denen es einheiten gibt die innerhalb unserer anwendung dann immer innerhalb dieser kategorien umgewandelt werden können und darauf aufbauend haben wir uns dann dran gesetzt und alle einheiten die es in unserer anwendung gibt abgebildet in form von so einem enum wir haben die längen und die massen angaben schon umgesetzt vollständig die zeitangaben haben wir noch nicht ganz umgesetzt weil nämlich der nächste schritt es war dass wir zu jeder dieser einheiten auch eine rapper klasse designt haben die dann dazu dient einen wert innerhalb dieser einheit abzubilden als logische prinzip logische kategorisierung war es gibt sowas wie einheiten messeinheiten werte können in einer einheit gemessen werden diese einheiten sind gegliedert in drei große rubriken zeit länge und masse wir haben alle einheiten aufgelistet das ist aber immer noch dieses abstrakte konzept eines zum beispiel millimetern oder eines gramm und wir haben dann uns überlegt dass wir irgendwann konkrete werte davon messen müssen und dazu dann diesen si value rapper designt eine abstrakte klasse die es ermöglicht einen bestimmten wert von einer bestimmten einheit abzubilden wir haben für alle einheiten die in unserer anwendung relevant sind also zum beispiel hier für den meter oder den kilometer eine spezifische klasse design die auf dieser abstrakten oberklasse si value basiert und es dann eben erlaubt einen ganz konkreten messwert für eine ganz konkrete einheit abzubilden der hintergedanke war dass wir über diesen ansatz dann diese verantwortung der umrechnung auf dieser ebene designen oder implementieren können denn die klasse si value gibt zwei methoden vor einmal eine möglichkeit einen existierenden wert in eine repräsentation seiner basis einheit umzurechnen hintergedanke war da jede einheit im si system ist einer bestimmten quantity zugeordnet in unserem fall haben wir jetzt diese drei rubriken länge masse und zeit abgebildet und für jede dieser kategorien gibt es eine standard einheit der meter ist die standard einheit für längenangaben und jeder wert der innerhalb dieses system innerhalb unserer anwendung existiert implementiert selbstständig eine funktion mit der sein aktueller wert in repräsentationsform seiner basis einheit umgewandelt wird also ein kilometer beinhaltet die funktionalität den eigenen wert als meter zurückzugeben und die zweite funktion die jedes dieser jede dieser klassen hat ist die möglichkeit from base value also aus einer dieser standard einheiten die repräsentation der eigenen einheit zu erstellen das heißt dass wenn ich einen kilometer habe und diese from base value methode aufrufe und der irgendeinen wert übergebe dann interpretiert diese methode diesen wert hier als standard einheit beim kilometer wäre das der meter und gibt dann eine kilometer repräsentation von diesem meter wert zurück das ist das was wir implementiert haben in form von dieser klassenhierarchie und dann zu guter letzt haben wir noch zwei hilfs methoden schon angefangen zu implementieren nämlich einmal eine möglichkeit aus einem wert und einer einheit ein dieser repräsentation zu erstellen ich übergebe irgendeine zahl und irgendeinen dieser enum werte krieg den richtigen repräsentation zurück hier meter übergebe und 1,0 bekomme ich eine instanz der klasse meter zurück die den wert 1,0 kapselt und nicht das gegenteil aber so ein bisschen in die andere richtung arbeiten wir übergeben einen wert von einer bestimmten einheit und übergeben einen wert und eine einheit wir interpretieren das hier als basiseinheit der kategorie zu der diese einheit hier gehört und was wir dann zurück bekommen ist wieder eine instanz einer dieser rapper klassen die diesen wert hier als basiseinheit der eigenen kategorie interpretiert wir übergeben einen kilometer und hier vielleicht den wert 1000 dann würde das so interpretiert werden dass wir gerne ein kilometer zurück bekommen wollen und der soll 1000 meter weil das ist der werte hier drin steht und meter ist die basiseinheit für kilometer repräsentieren und dann würden wir wahrscheinlich ein kilometer objekt wenn alles gut läuft zurückbekommen was den wert 1,0 beinhaltet so weit so gut diejenigen von ihnen die jetzt mit programmieren möchten sind sie soweit haben sie sich der starter paket noch mal runter geladen wo jetzt der stand den ich jetzt hier gerade so im kurz überblick vorgestellt habe drin ist geben sie mir mal bescheid ja nein in den chat sonst muss ich jetzt einfach mal aufgrund der dann doch etwas geringeren anzahl an zuschauern als sonst einfach mal antizipieren wie weit sie so sind oder wir machen jetzt einfach aus dass mr wave für alle spricht von ihnen und ich jetzt einfach mal davon ausgeht dass sie soweit sind ich würde jetzt gerne direkt weitermachen wir müssen noch ein kleines bisschen was in diesem kontext der der einheiten konvertierung erledigen und dann können wir uns um das user interface kümmern wir haben jetzt heute mindestens noch 50 minuten oder sowas zeit und schauen wir mal wie weit wir in dieser zeit kommen das erste was ich machen möchte ist ich möchte wieder dafür sorgen dass meine app gestartet werden kann und wenn ich nämlich die app jetzt in diesem zustand so wie es im starter paket drin ist starte dann wird wahrscheinlich auch bei ihnen die app crashen und das liegt daran dass die art und weise wie diese fragments instanzieren beziehungsweise initialisieren nicht mehr so ganz funktioniert wir müssen als erstes in unserer category navigation das ist diese übersicht an fragments diese in unserer anwendung gibt dafür sorgen dass dieses quantity enum oder die werte aus diesem quantity enum jetzt auf die art und weise verwendet werden wie wir das eigentlich möchten wir haben ja drei fragments ein fragment in den zeiten umgerechnet werden sollen ein fragment in dem längen umgerechnet werden sollen und ein fragment in dem massen umgerechnet werden sollen alle drei fragments basieren am ende auf dieser klasse hier also es gibt nur eine fragment klasse wir definieren in unserer navigation diese drei fragments fragment 1 fragment 2 und fragment 3 und und unsere idee war es dass wir über diese argument attribute beziehungsweise element sind ja sind kind elemente in dem xml von dem fragment definieren können mit was für parametern dieses fragment jeweils gestartet wird wenn dieses fragment hier gestartet wird weil die nutzer nutzerinnen sehen sie jetzt nicht aber ich zeige sie dann gleich wieder auf den ersten button von unserer bottom navigation klicken dann wird so ein fragment gestartet und wir teilen irgendwie mit hier geht es um längeneinheiten und das zweite fragment aus irgendeinem grund gestartet wird teilen wir mit es geht um zeitangaben und wenn das letzte fragment gestartet wird sagen wir es geht um masseneinheiten und wir haben in unserer anwendung ja schon genau diesen datentyp definiert den wir jetzt als parameter an diesen fragment aufruf übergeben können es gibt ja bei uns schon dieses quantity enum das hat drei ausprägung time längs und maß und ich möchte jetzt dass wenn dieses fragment hier gestartet wird dieses argument nicht mehr irgendwie ein string ist was glaube ich in dieser form ähnlich funktioniert wenn überhaupt müsste das wahrscheinlich so heißen aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig aus dem kopf ich möchte dass hier nicht ein string übergeben wird sondern ich möchte dass da ein wert aus meinem enum übergeben wird und das funktioniert enums können sie super als argumente für solche fragments auch xml basiert verwenden was sie nur beachten müssen ist sie müssen hier den kompletten fahrt also den vollständigen fahrt zu der klasse über ihren package name angeben das heißt wir müssen wissen wo steckt denn dieses enum innerhalb unseres programm kurz und das finden wir am einfachsten raus indem wir in die datei reinschauen und da sehen sie ja oben immer bei jeder java klasse diese package angabe wenn sie das einfach mal raus kopieren und in die navigation übernehmen dann können sie hier sagen ich würde gerne an dieses fragment einen wert übergeben vom typen quantity das ist dieses enum und als default value also als der wert der an dieses fragment übergeben wird können sie jetzt den eigentlichen enum wert eintragen also da kann zum beispiel dann drinstehen längs das ist der wert der hier in diesem enum als eigentlicher wert als eine konstante die dann eine instanz dieser enum klasse hält wenn sie so wollen angegeben wird das machen wir jetzt an dieser stelle wir haben unser fragment in dem längen umgerechnet werden sollen das basiert auf dieser klasse hat auch das gleiche layout wie alle anderen fragments und wir übergeben wenn genau dieses fragment gestartet wird einen wert von diesem typen und zwar mit der mit dem wert längs das kopieren wir uns auch an die anderen stellen nur wenn das zweite fragment gestartet wird wollen wir einen zeitwert übergeben und wenn das dritte fragment gestartet wird wollen wir einen massenwert übergeben jetzt weiß das fragment wenn es gestartet wird mit was für einheiten es arbeiten soll weil das was wir hier rein pushen in diese ganze navigations geschichte können wir auf der anderen seite auch wieder auslesen können in dieses fragment hier reinschauen wir wissen die on create view methode wird immer aufgerufen wenn dieses fragment erzeugt wird oder wenn es vorbereitet wird um in dem user interface angezeigt zu werden und zuletzt hatten wir hier über diese geld arguments methode diesen wert den wir da in der xml datei definiert haben ausgelesen und anstatt jetzt hier zu versuchen ein string auszulesen können wir auch über die geld arguments methode und in die geld methode einen quantity wert auslesen oder können wir den wert auslesen der mit dem key quantity in diesem navigationsgraf angegeben wird und können uns das mal zwischenspeichern in eine variabel vom typen quantity müssen jetzt nur noch den cast ergänzen damit android auch genau weiß wie es mit diesem wert den es da aus den argumenten mit denen dieses konkrete fragment gestartet worden ist denn tatsächlich umgehen soll und das können wir auch mal direkt ausprobieren ob das funktioniert hat wenn sie einfach mal einen kleinen log string eingeben in die klasse an dieser stelle ich würde gerne wissen ob das jetzt so funktioniert wie ich mir das vorstelle also wird diese on create methode überhaupt aufgerufen und wenn ja wird hier der jeweils passende wert für das jeweilige argument so wie es in der xml datei festgestellt habe übergeben also einen kleinen aber vielleicht halbwegs passenden log string hier noch ergänzen wie nennen wir das creating view fragments to convert quantity das ist ein enum wert das heißt wir könnten mit dem name auf den namen der variabel innerhalb dieser enum liste zugreifen und da dann vielleicht noch irgendwas anderes dranhängen so also würde ich erwarten dass wenn dieses längen fragment geöffnet wird wir in unserer log cat ausgabe dann so eine zeile bekommen creating view for fragment to convert dann das was als argument übergeben worden ist sollte bei dem ersten fragment längs sein units schauen wir mal ob das funktioniert ich starte das hier nochmal neu und schließe das und dann sehen sie hier unten bei mir im log hat dass das halbwegs zu funktionieren scheint und wenn wir hin und her schalten dann sehen sie dass jedes mal wenn ich das fragment wechsle diese information korrekt angezeigt wird und ich weiß jetzt schon mal in diesem fragment mit was für einheiten nicht denn eigentlich arbeiten sollte okay das so als kleiner fix für das was wir jetzt als nächstes machen oder kleiner fix damit das user interface wieder funktioniert und jetzt die restlichen sachen auch ausprobieren können wir müssen eine sache noch schnell machen die wir das letzte mal nicht gemacht haben wir haben diese schließ mal ein bisschen was wir haben diese rapper klassen geschrieben zum beispiel hier für das kilogramm und wir haben dabei die kategorien länge und masse abgedeckt und es fehlt noch eine kategorie das ist die zeit das heißt wir sollten da vielleicht noch schnell die entsprechenden java klassen anlegen damit wir auch mit zeitwerten arbeiten können und das können wir jetzt ganz schnell nach dem gleichen prinzip machen ich mache hier wieder in meinem rapper package ein neues paket auf diesmal time und sie erinnern sich diese klassen sehen sie ja hier auch bei dem kilogramm die sind eigentlich immer fast identisch aufgebaut ich erzeugt eine neue java klasse fangen wir mal mit dem standard wert an das ist die second also si standard einheit für zeit ist die sekunde die erbt in unserem fall von si value wir brauchen wieder einen konstruktor public second der kriegt nur einen wert übergeben sie erinnern sich der eltern konstruktor von si value der braucht zwei parameter oder hat zwei parameter müssen also zwei argumente übergeben das eine ist der wert und das andere und das können wir jetzt hier in diesen spezifischen rapper klassen immer selber direkt eintragen ist die einheit und das ist in unserem fall die sekunde und dann überschreiben wir die beiden methoden to base value und from base value wenn wir eine sekunde in ihren basis wert umrechnen möchten dann ist das relativ leicht das ist nämlich dann einfach nur die sekunde noch mal als neues objekt und er das gleiche gilt jetzt in diesem fall auch für die umrechnung aus einer basis einheit raus weil wir jetzt hier diesen besonderen fall der standard einheiten haben dann kopiere ich das hier mal und lege jetzt noch schnell die anderen klassen für die zeitangaben ein fangen wir mal an mit was ist das nächste millisecond auch hier wieder erbt das ganze von si value ich copy und paste jetzt ein bisschen aber ich glaube sie kennen das prinzip mittlerweile können sie ja im hintergrund auch schnell machen wenn wir in eine millisekunde in ihre basis einheit umrechnen wollen dann müssen wir aus der millisekunde eine sekunde machen und was wäre die umrechnung natürlich am wert in millisekunden durch 1000 und wenn wir aus einer sekunde einen eine millisekunde machen möchten oder aus einer messung in millisekunden machen möchten dann geben wir den wert den wir hier übergeben bekommen also den wert in sekunden mal 1000 zurück und das machen wir jetzt noch für vielleicht die minute und die stunde also einmal minute extents se value copy and paste von dem eigentlichen code habe ich hier doch das habe ich richtig gemacht kurz angst sich die falsche einheit angegeben habe hier geht es jetzt um die minute eine minute aus aus einer minute eine sekunde umrechnen kriege ich relativ leicht noch hin indem ich das ganze mit 60 multipliziere und wenn ich aus einer messung in sekunden die minuten berechnen möchte dann ist es base value geteilt durch 60 müsste so ungefähr passen letztes noch die stunde auch hier wieder viel copy und paste erstmal das erben von der standard klasse dann das überschreiben das anlegen des konstruktors mit reduzierter parameteranzahl und das umrechnen aus einer stunde die sekunden berechnen müsste mit mal 3600 passieren und aus einer zeitangabe in sekunden die stunden ausrechnen wäre dann das dividieren durch 3600 checken wir noch mal ganz kurz ob es überall richtig ist minute sekunde stunde sekunde millisekunde sekunde ok soweit so gut das haben wir alle einheiten beisammen die wir brauchen um die umrechnung innerhalb unserer anwendung durchzuführen und ich würde jetzt gerne diese umrechnungen auch noch mal auf oder dieses gesammelte umrechnen eines wertes in alle kompatiblen anderen werte in einer klasse handeln bevor ich mich dann mit dem user interface beschäftige also eine kleine sache noch die wir auf der ebene dieser einheiten erledigen wir haben jetzt alle möglichen kategorien abgebildet wir haben alle möglichen einheiten abgebildet wir haben für jede dieser einheiten eine rapper klasse geschrieben die auf seiner einheitlichen abstrakten oberklasse basiert jede dieser rapper klasse kann selbst verantwortlich das konvertieren aus oder in die jeweilige standard si einheit übernehmen und wir haben diese beiden hilfsmethoden schon geschrieben mit der ich einen beliebigen wert wenn ich eine einheit kenne in eine dieser klassen packen kann und wenn ich eine messung schon habe in form einer basis einheit und eine zieleinheit kenne dann kann ich mit der zweiten methode auch dieses wrapping in oder um eine solche instanz der jeweiligen rapper klasse durchführen was ich jetzt noch brauche sind zwei methoden eigentlich ich würde gerne mir in dieser app eine antwort holen auf die frage welche einheiten starte noch mal ganz kurz dazu jetzt die anwendung welche einheiten es sind denn in meiner anwendung für diese kategorie länge bekannt und welche einheiten sind denn für die kategorie zeit bekannt ich weiß das natürlich also ich kann ja einfach nachschauen es gibt diese drei quantities und ich habe das ja hier sogar aufgeschrieben aber ich würde das gerne programmatisch erfragen können ich würde gerne eine methode haben mit der ich sagen kann gib mir bitte alle units also alle werte aus diesem enum zurück für eine bestimmte quantity können sie sich vorstellen warum ich diese frage in meiner anwendung gerne beantwortet haben möchte überlegen sie mal ganz kurz und überlegen sie sich ob sie sagen können an welcher stelle und warum ich gerne irgendwie so einen array aus units also aus enum werten aus werten aus diesem enum gerne hätte für eine spezifische quantity also dieses gefilterte liste dieser enum werte für eine dieser quantities das würde ich jetzt gerne implementieren und ich habe auch im kopf wofür ich das gerne gebrauchen hätte können und sie haben schon richtig gesagt also für den spinner das ist quasi so das letzte ziel was ich habe ich würde das hier gerne befüllen sie sehen ja hier da steht noch nichts drin in dem spinner ein schritt zurück wer ich schließe mal ein bisschen was ich habe ja dieses fragment und ich weiß jetzt je nachdem welches fragment gestartet worden ist welche einheiten kategorie hier gehandelt werden soll und jetzt würde ich einfach gerne die einheiten dazu haben also natürlich hier dann für den spinner es gibt noch eine andere stelle weil wenn ich dann den spinner befüllt habe mit den passenden einheiten und dann irgendeine umrechnung durchführe dann werden vielleicht diese wird vielleicht diese liste der einheiten die es zu länge zeit oder masse gibt noch mal relevant aber im grunde genommen spinner ist eines der ziele auf das wir hinarbeiten wollen ich würde einfach gerne diese 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 große dieses große enum reduzieren auf bestimmte werte bestimmte einheiten für eine bestimmte quantity das ist kein so großes ding hat jemand von ihnen eine idee wie man das machen könnte also ich habe jetzt hier dieses große enum und ich hätte gerne am ende einen array mit mit sagen wir mal vier von diesen unit werten die alle zu dieser zu dieser quantity längs gehören also irgendeine idee wie man das jetzt implementieren würde wenn sie eine methode haben sie geben der als parameter eine quantity und möchten ein array aus units zurückbekommen ich glaube das ist gar nicht so kompliziert wenn es ihnen jetzt nicht einfällt dann liegt es wahrscheinlich eher daran dass sie und schande auf ihr haupt noch nicht so große enums fan sind wie ich aber das die sind ja hier um das zu lernen sie können über diese ganzen werte mit so einer ganz einfachen vor each schleife drüber iterieren genau alle werte ausgeben und dann filtern mit so einer vor each schleife können sie über alle diese werte drüber iterieren dann nehmen sie sich einfach so schlimm ist das nicht ich habe sie ja letztes mal schon gesagt wenn sie irgendwas aus irgendeinem kurs von mir mitnehmen wollen dann ist es bitte ganz große liebe für enums das ist eine der tollsten sachen die es in java gibt mit denen kann man so viele dinge so schön lösen und so sicher vor allem lösen dass es sich auf jeden fall lohnt sich ein bisschen damit zu beschäftigen eine der tollen sachen an enums ist dass man liegt ja schon im namen das irgendwas mit innovation hat also eine aufzählung man kann da schön drüber iterieren wir können uns jeden dieser werte anschauen wir haben extra in seiner eigentlichen in der eigenen eigenschaft zu jedem wert festgehalten was das für eine quantity ist und dann kriegen wir das schon ganz gut hin eine viel größere frage ist wo packen wir das hin also wo implementiere ich jetzt diese methode die mir für eine bestimmte quantity alle zugehörigen einheiten übergibt können wir eine kurze abstimmung machen schreiben sie einfach mal in den chat rein ob sie das gerne genau wieso nicht direkt in das enum also wollen sie das hier in dem unit enum haben wollen sie das in dem quantity enum haben oder wollen sie das woanders haben also unit quantity oder woanders unit enum sonst noch irgendwelche meinung okay sonst keine meinung also was man jetzt machen könnte wäre wir könnten irgendwie sagen wir haben vielleicht eine öffentliche methode public größer damit sie es lesen können static was gibt die uns zurück die gibt uns vielleicht ein area aus units zurück und die nennen wir geld units for quantity da übergeben wir als parameter eine quantity und dann implementieren wir da unsere methode rein wir können jetzt mal hier implementieren der code wird sich nicht ändern egal wo die wo die methode liegt weil die halt relativ wenig irgendwie mit mit dem kontext zu tun hat ich habe die ja extra auch statisch angelegt damit wir die da auf dem enum aufrufen können ich würde nur gleich schon mal vorweg sagen wenn wir die zweite methode implementieren die wir noch brauchen werden wir vielleicht sehen dass eine andere stelle vielleicht doch ein bisschen besser sich noch eignen weil wir eine zweite sache machen müssen in unserer anwendung die sehr ähnlich aufgebaut ist die aber vielleicht nicht mehr so viel mit diesem unit enum zu tun hat aber das erste jetzt erstmal können wir relativ leicht herunter implementieren wir haben den enum ich möchte einmal über das enum drüber iterieren möchte mir alle werte raussuchen die zu einem bestimmten parameter passen und das ganze dann als array zurückgeben dinge in einem array sammeln in java funktioniert schon irgendwie aber wenn ich nicht weiß wie viele das sind dann möchte ich da jetzt irgendwie nicht lange mit irgendwie dem ständigen neu anlegen von von arrays mich beschäftigen und ich mache mir jetzt ein bisschen das leben leichter ich erstelle mir hier eine liste in der unit units reinpassen also eine list vom typen unit die ich auch gleich initialisieren und da sammle ich jetzt alles drin was innerhalb dieses enums zu dieser quantity gehört und dann werde ich kurz bevor oder in dem moment wo ich das ergebnis für diese methode rausgebe daraus wieder ein array machen kleiner umweg aber ist jetzt vielleicht ein bisschen schöner zu programmieren ich äh 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 über alle werte in dem enum drüber und zwar indem ich mir aus dem enum die values ausgeben lasse das ist schon ein array in dem all diese werte drin stehen und ich schaue mir jeden dieser werte an und wenn die quantity von dem value über den ich gerade iterieren die gleiche ist wie die quantity die ich als parameter übergeben habe also die einheit oder kategorie für die ich jetzt gerne die einheiten sammeln würde dann packen ich die in meine arraylist dann habe ich am ende so dann habe ich am ende in dieser arraylist all die einträge aus meinem enum die zu dieser quantity passen relativ easy jetzt müssen wir daraus noch ein array machen das ist tatsächlich auch kein so großes problem es gibt so eine methode auf der arrayliste die heißt to array und der übergeben sie ein beliebiges array vom gleichen typen wie hier an dieser stelle auch die arraylist angelegt worden ist und sie bekommen zurück ein array von diesem typen mit allen einträgen dieser arrayliste man kann da jetzt ein existierendes array verwenden man kann es auch hier direkt an der stelle anlegen und so der idealfall oder wie man diese methode normalerweise benutzt ist wir legen ein neues array an von oder mit der länge 0 sagen wir würden da drin gerne die werte dieser arraylist haben und dann kümmert sich java um den ganzen rest und das geben wir zurück als ergebnis unserer methode und dann haben wir eine methode geschrieben die nichts anderes macht als für eine quantity die entsprechenden werte aus unserem enum in einem array sammelt und uns das als ergebnis zurückgibt und damit könnten wir jetzt zum beispiel in der der fragments klasse anfangen den spinner zu befüllen weil jetzt wissen wir wenn get unity get units so soll es heißen da war ich wohl gerade leicht woanders get units for quantity so soll die methode heißen wir könnten jetzt jedes mal wenn wir hier eins dieser fragments aufrufen diese methode aufrufen dann müssten wir welche einheiten hier relevant sind und zum beispiel den spinner befüllen ich möchte noch eine andere sache machen ich würde nämlich gerne eine zweite methode schreiben der würde ich gerne einen wert übergeben ich würde diesen wert gerne spezifizieren ich würde gerne sagen in was für eine einheit ist dieser wert angegeben und dann hätte ich gerne ein array zurück mit si values also mit diesen rapper klassen in denen basierend auf diesem eingabe wert alle kompatiblen anderen werte also alle werte in der gleichen quantity beinhaltet sind also ich gebe einen gebe zehn zentimeter rein und dann schaut sich diese methode an okay zentimeter ist irgendwie eine eine längeneinheit ich schaue mir an was gibt es sonst noch so viel längeneinheiten meter millimeter und kilometer und die methode gibt zurück dann ein set an si values nämlich zentimeter meter millimeter und kilometer die alle in ihrer repräsentationsform den wert anzeigen den ich als parameter übergeben habe das ist so die die zweite methode die wir jetzt noch für diese ganzen umrechnungssachen brauchen ich implementiere die mal hier in diesem unit enum und dann ziehen wir die aber vielleicht an eine andere stelle von der anwendung weil das jetzt relativ wenig mit diesem enum zu tun hat das ist jetzt wirklich schon umrechnung einheiten konvertierung und das gehört dann vielleicht zusammen auch mit dieser get units for quantity methode an leicht andere stelle unserer anwendung aber kommen sie mal mit und wir haben schreiben jetzt die methode eine öffentliche methode wieder static die gibt mir ein array zurück aus si values die heißt get converted values for die bekommt zwei parameter einmal einen wert und eine unit die beiden parameter beschreiben den eingabe wert also hier steht zum beispiel irgendwie 13,37 drin hier steht sekunden drin oder stunden oder auch meter und ich möchte jetzt zurückbekommen die liste aller si values die die gleich der gleichen kategorie angehören wie diese einheit und die diesen wert hier in ihrer repräsentationsform abbilden wie mache ich das das erste was ich mache ist ich rechne oder ich erzeuge erstmal aus diesen beiden informationen die ich da übergeben bekomme den passenden si value das dass wir irgendwie auf der ebene wieder sind mit denen wir rechnen können und mit denen wir uns ja auch schon die ganze zeit beschäftigt haben und die passende methode dafür habe ich schon implementiert also ich zeug mir eine lokale variabel original value dann erinnere ich mich dass ich ja in dieser si value klasse zwei statische methoden geschrieben habe rep value und rep base value und jetzt möchte ich erstmal den die passende rapper klasse für diesen wert der hier durch diese beiden parameter spezifiziert wird mir erzeugen das heißt ich rufe die rep value methode auf übergebe den wert und übergebe die einheit dann wissen wir schon mal okay das ist jetzt irgendwie wenn ich hier kilometer und 13,37 übergebe das ist jetzt die messung 13,37 kilometer und ich kriege hier ein objekt oder ich habe in dieser variabel ein objekt vom typen kilometer gespeichert jetzt könnte theoretisch wenn sie nochmal hier reinschauen in diese rep value methode null auch zurückgeben das haben wir so als default case gehandelt und wenn ich sie richtig sehe gut dass wir hingeschaut haben wir haben nämlich unsere zeit einheiten hier noch gar nicht ergänzt das machen wir noch mal schnell wenn ich jetzt hier nämlich das vergessen hätte turn new millisecond value dann hätten wir gleich einen großen ein großes problem gehabt weil wir wenn wir hier mit einer unit wie zum beispiel milliseconds oder seconds oder irgendetwas anderes was die zeiten betrifft reingegangen wären hätten wir hier null zurückbekommen halte ich jetzt gar nicht auf dem schirm aber nicht schlecht dass wir uns da nochmal umgeschaut haben lassen sie uns das schnell fixen indem wir hier die entsprechenden einträge ergänzen millisecond second minute und die letzte zeiteingabe war die stunde und wenn wir schon dabei sind okay jetzt schauen ob das das richtige war da ist das richtige importiert wenn wir schon dabei sind können wir das an den anderen stellen auch noch ergänzen ich kopiere jetzt mal hier diesen teil und ergänzt den hier und sie erinnern sich was wir hier gemacht haben ist also in die andere richtung wenn wir einen basiswert kennen und diesen basiswert durch eine der rapper klassen dann repräsentieren möchten erzeugen wir immer einen leeren rapper mit dem wert 0 und ergänzen diesen from base value aufruf das ist ja die methode die jede dieser rapper klassen implementiert um aus einem gegebenen basiswert weil jede einheit weiß für sich durch welche basis einheit sie im si system repräsentiert wird den passenden wert erzeugen und das hier können wir jetzt bei copy and paste überall ergänzen und für diejenigen die beim am freitag noch nicht dabei waren und sich das video auch noch nicht angeschaut haben nochmal zur erinnerung mir ist bewusst dass das hier nicht super schön ist also ein objekt zu erzeugen um dann nur auf dessen basis ein neues objekt zu erzeugen mit informationen die eigentlich nichts mit der ersten instanz zu tun haben ist nicht so toll aber der hintergrund ist der dass wir in der vererbungs hierarchie die wir hier verwenden wenig anderen spielraum haben weil wir zum beispiel keine statischen methoden oder so vererben können an der stelle warum ich eigentlich in in diese klasse zurückgeschaut habe ist es gibt diese möglichkeit dass theoretisch hier null zurückgegeben wird von diesen rapper methoden und den sollten wir hier irgendwie berücksichtigen das heißt wenn wir hier keinen passenden wert bekommen könnten wir zumindest mal könnten zumindest mal nachschauen ob das zufällig jetzt irgendwie so ein null wert ist weil aus irgendeinem grund hier was schief gelaufen ist und dann geben wir auch null zurück ohne dass wir irgendwie weiter was in der methode machen das ist nicht die schönste fehlerkontrolle also eigentlich sogar eine ziemlich blöde fehlerkontrolle aber wir überlassen es jetzt einfach mal der aufrufenden stelle sich darum zu kümmern das ergebnis was hier zurückkommt vorher mal anzuschauen und dann zu entscheiden was man damit machen möchte und wir stellen einfach hier nur durch so einen early return sicher dass wir nicht mit einem falschen wert weiterrechnen und dann vielleicht innerhalb der jetzt folgenden logik irgendwelche programm abstürze oder sowas verursachen okay jetzt habe ich den original wert in einer in der entsprechenden se value und in der se wrapper klasse abgebildet und das nächste was ich mache ist ich schaue mir an was ist denn dieser wert repräsentiert in seiner basiseinheit und da muss ich gar nicht viel rechnen denn das habe ich ja schon implementiert ich kann mir den original wert nehmen und den über die to base value methode in seine basiseinheit umrechnen also wenn ich hier 13,37 kilometer übergeben würde würde das in eine kilometer wrapper klasse umgewandelt werden wenn das funktioniert hat würden wir hier nicht aus der methode rausspringen und ich hätte jetzt hier wahrscheinlich dann 13,37 meter in dieser variabel als meter drin stehen denn meter ist die basiseinheit für längenangaben im si-system und wir haben das genau so implementiert dass das auf diese art und weise funktioniert also mit zwei methoden aufrufen können wir aus einem beliebigen wert dessen repräsentation in der relevanten si-basiseinheit generieren und jetzt schauen wir uns alle einheiten an die mit dieser einheit hier in oder mit diesem wert hier in der gleichen kategorie spielen also hier meter angegeben worden ist interessieren uns die anderen längenangaben und wenn wir die haben also wenn wir alle zugehörigen einheiten kennen können wir einmal jede dieser einheiten aufrufen oder mit diesen einheiten arbeiten und auf der basis dieser basiseinheit meter dann in unserem fall die jeweils richtige repräsentation in kilometern metern zentimetern millimetern umrechnen das ist die deshalb dieses ganze hin und her zwischen den basiseinheiten damit jetzt diese umrechnung von einem beliebigen wert in alle anderen kompatiblen einheiten möglichst leicht gehandelt wird ich zeige ihnen dass es relativ einfach ist mit dem was wir gemacht haben ich hole mir jetzt für meinen original wert alle kompatiblen units plural oder machen wir es noch ein bisschen expliziter target units welche einheiten sind für uns relevant für uns sind die einheiten relevant die wir bekommen wenn wir hier auf unserem enum die get units for quantity methode aufrufen die wir gerade angelegt haben die quantity von dem original wert aufrufen die ist ja kurz nachdenken warum funktioniert das es funktioniert deshalb weil wenn wir hier mal reinschauen se value wir die die quantity die ja in der unit direkt die direkt die quantity ausgeben können also sowas würde auch funktionieren aber diese information zu welcher oberkategorie gehört dieser wert oder zu welcher oberkategorie gehört die einheit dieses wertes die kriegen wir über diesen quantity enum wert zurück und er steckt an verschiedenen stellen jetzt innerhalb dieses dieses ganzen aufbau sich wird es jetzt ich machs mal expliziter ich nehme ich nehme mir den original wert also schon diese repa klasse ich nehme mir von der repa klasse die einheit und dann die quantity also die oberkategorie wenn ich das gemacht habe dann habe ich hier einen array mit allen anderen einheiten dieser kategorie dann machen wir jetzt wieder das gleiche was wir gerade eben auch schon gemacht haben wir wollen dinge sammeln und das passiert in einer am ende in einem array oder das ergebnis dieser sammlung wird in einem array übergeben ich möchte das array nicht immer dynamisch irgendwie erweitern oder neu anlegen müssen deshalb eine array liste erstmal so als zwischenspeicher das sind dann nicht mehr die target unit sondern das sind jetzt die konkreten target values die ich hier sammle in einer neuen array liste die ich ins instanziere dann iteriere ich über alle einheiten in diesem array aus target einheiten drüber jetzt müssen wir ein bisschen entscheiden wo wir den parameter umbenennen hier haben wir eine namensgleichheit ich glaube ich bin denn das hier um das nenne ich original unit vielleicht so kann man so machen dann kann ich hier in dieser iteration mit der for each schleife den einfachen und wenig präzisen namen verbinden verwenden kurzer hinweis namensgleichheit ähm je weiter runter sie gehen in der methode und je kleiner der kontext ist in dem diese variabel verwendet wird desto ähm desto weniger schlimm ist es wenn der name nicht super aussagekräftig ist also hier ist das ja wirklich nur so eine zähler variabel für eine for each schleife und wenn ich die jetzt einfach genauso benenne wie der datentyp ist ich glaube das kann man an der stelle schon interpretieren hier oben ist es vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger dass ich genauer präzisiere dann auch wenn dieser wert innerhalb der methode verwendet wird ähm was der denn eigentlich eine für eine konkrete bedeutung hat aber hier iterieren wir jetzt erstmal über diese einheiten die wir uns gesammelt haben wir ähm greifen auf die äh si value klasse auf benutzen jetzt die zweite von den statischen methoden nämlich die methode rep base value wir sagen wir würden gerne diesen basis wert den wir aus dem übergebenen wert rausgerechnet haben ähm umrechnen in eine repräsentationsform von dieser einheit und das was wir hier zurück bekommen das pushen wir direkt in unsere ähm in unsere array liste target values müssen hier noch eine klammer setzen und nutzen so dieses subset an enum werten was wir ähm über diese äh collector oder getter methode äh ausgegeben haben um für jede dieser einheiten den basis wert den wir hier aus dem original wert gezogen haben und umgerechnet haben ähm umzuwandeln in eine repräsentation der jeweiligen einheit also hier nochmal wenn ich hier meter zum beispiel übergebe oder wenn ich hier zentimeter übergebe dann ist das hier eine instanz von der klasse zentimeter das hier ist eine instanz von der klasse meter meter ist die si basis einheit für diese kategorie hier drin stecken alle unit also alle enum werte für längen angaben was dann zentimeter meter ähm millimeter und kilometer sind wir ätherieren über alle diese vier werte drüber und aus dem wert in metern rechnen wir die jeweilige repräsentation in diesen anderen vier kategorien um und dann bleibt uns nichts mehr anderes zu tun als aus diesem target values array list ein array zu erzeugen wieder mit dem gleichen mit der gleichen syntax wie gerade eben auch si value mit einem neues array der länge 0 für den entsprechenden datentyp und damit ist die komplette konvertierung dieser maßeinheiten abgeschlossen auf eine art und weise die wir beliebig erweitern können also solange sie jetzt irgendwie si kompatible werte ergänzen müssen sie nur diese rapper klassen erweitern also mehr rapper klassen schreiben und hier mehr standard einheiten eintragen und dann diese beiden methoden die sind davon völlig unbeeindruckt ich pack das jetzt mal ganz kurz in eine andere klasse rein und dann sprechen wir mal darüber ob das halbwegs verständlich ist das sind so also diese erste methode die hat schon was mit den units zu tun das ist irgendwie so eine filterfunktion für dieses enum das hier ist ganz sicherlich nichts mehr was mit diesem enum zu tun hat weil da geht es ja um die umrechnung von werten und ich würde jetzt ungern irgendwie sowas wie eine kalkulator klasse oder sowas aufmachen das ist alles irgendwie ein bisschen zu viel für das bisschen code was hier steht aber wenn ich das irgendwie versuchen würde auf eine bestimmte funktionalität runter zu brechen was diese beiden methoden machen ist die sammeln werte die sammeln einheiten für eine bestimmte quantity oder die sammeln si values auf der basis einer bestimmten eingabe und das ist irgendwie so das einzige was ich als abstraktion oder zusammenfassung dafür im kopf habe und deshalb nenne ich jetzt ein oder erzeuge ich einfach eine neue klasse die nenne ich jetzt ganz ohne viel fantasie einfach nur kollektor und in dieser kollektor klasse da kopiere ich die beiden methoden rein und schneide ich hier aus und kopiere die hier an diese stelle rein und muss dann nur noch an der stelle natürlich nicht mehr auf die unit sondern auf den kollektor auf die statische methode für diese stelle zugreifen an der wir die erste methode in der zweiten verwenden halbwegs verständlich schreiben sie mal in den chat rein ja nein genau also ich würde an der stelle gerne eine extra klasse verwenden weil ich der meinung bin dass diese zweite methode nicht mehr so viel mit dem enum zu tun hat mit dem unit also erste wenn wir nur die erste methode brauchen würden würde ich das ähnlich sehen das gehört schon irgendwie zu den units dazu zweite methode hat aber nichts mehr mit den units zu tun sondern das hat mit ganz vielen dingen zu tun weil es ja tatsächlich die eigentliche konvertierung ist und wenn ich das dann schon auslagere und ich glaube ich habe sonst keine klasse in die das reingehört dann kann ich diese zweite methode vielleicht auch auslagern weil das eben beides so ganz klassische collector methoden sind hier der ihre über irgendwas und kriege irgendwie neues datensatz zurück okay lassen sie uns ein bisschen was im user interface wenigstens noch anreißen also ich habe leider gleich noch einen anderen termin das heißt ich habe nicht mehr ganz so viel zeit aber ich würde gerne ein bisschen was noch machen vielleicht können wir zumindest mal versuchen den spinner zu befüllen und danach weiß ich nicht machen wir eine abstimmung im discord ob wir uns noch mal irgendwann diese woche zusammensetzen um die die anwendung zu ende zu bringen oder ob sie es dann auch schon satt haben aber lassen sie uns mal zumindest diesen spinner jetzt mit dem was wir jetzt hier implementiert haben gemeinsam befüllen was haben wir jetzt wir haben eine methode mit der wir wenn wir eine quantity haben uns alle zugehörigen einheiten dazu ausrechnen können oder berechnen können wir haben ein fragment das jedes mal wenn es gestartet wird und es kann nur über die navigation hier unten gestartet werden darüber informiert wird was für eine art von einheiten es an dieser stelle umrechnen soll wir haben für jedes dieser fragments ein layout das hier verwendet wird das schaut so aus bestehend aus einem eingabetext und einem spinner für die möglichkeit die eingabe in numerischer form zu tätigen durch die nutzer nutzerinnen und die zugehörige einheit auszuwählen und ein recycler view darunter in dem alle ergebnisse also alle umgerechneten werte für die eingabe angezeigt werden sollen wir starten mit dem user interface in der fragment klasse in dieser methode hier das ist die methode vom fragment life cycle die für uns jetzt relevant ist was macht diese methode die erzeugt ein view das fragment erzeugt quasi wenn sie so wollen für sich selber den den user interface bereich den es darstellen soll gibt das zurück und dann kümmert sich android davon darum dass dieses view was der fragment repräsentiert oder was das fragment repräsentiert an der richtigen stelle im übergeordneten in der übergeordneten activity angezeigt wird und das ist für uns auch die stelle an der wir den rest von diesem fragment initialisieren können wir müssen ja ein bisschen was machen wenn dieses fragment gebaut oder geöffnet wird müssen wir diesen spinner befüllen erste aufgabe wir müssen dafür sorgen dass wenn hier was eingegeben wird in dieses textfeld die umrechnung stattfindet also der werte hier eingegeben wird spezifiziert durch irgendeine zahl und dem label von dem aktuell ausgewählten spinner eintrag soll umgewandelt werden in die ergebnisse und dann soll das ganze hier angezeigt werden das heißt wir müssen jetzt das was ich gerade besprochen habe so als interaktionsablauf in dieses fragment reinbringen und diese on create view methode ist für uns die stelle an der wir das jetzt alles machen können und es funktioniert genauso wie bei der activity stellen sie sich das vor als ob es eine activity wäre mit der sie genau das tun wollen sie haben eine activity in der diese nutzer interface elemente drin sind und sie wollen genau diese funktionalität implementieren unterschied ist jetzt nur das ganze passiert in einem fragment und nicht in einer activity das heißt die life cycle methoden in denen wir arbeiten die sind ein bisschen anders ist nicht on create sondern es ist on create view und der rest ist aber der gleiche also auch hier müssen wir jetzt in verschiedenen schritten die user interface elemente die für uns relevant sind entsprechend entsprechend gestalten beziehungsweise referenzieren listener auf diese auf diese user interface elemente setzen dann die entsprechenden events abfangen logik wahrscheinlich in form von methoden ergänzen in denen wir dann wenn diese events eintreten gewisse dinge tun und wenn wir das alles abgeschlossen haben dann ist unser fragment initialisiert und dann warten wir darauf dass diese events passieren ich weiß übrigens nicht warum ständig hier mein emulator abstürzt starte vielleicht die anwendung noch mal neu ob das weiter so geht und dann warten wir wenn wir alles richtig initialisiert haben darauf dass zum beispiel durch die eingabe in das edit fällt oder durch die auswahl in diesem spinner das passiert was wir hier uns als plan event basierte programmierung sie erinnern sich zurecht gelegt haben aber der ablauf auch wenn die methoden ein bisschen anders heißen und wir vielleicht ein leicht andere herangehensweise was das user interface haben der ist der gleiche und was wir aus den activities schon kennen ist dass wir irgendwie versuchen so ein bisschen ordnung reinzubringen in in diese in diesen aufbau der initialisierung in dem wir das auf mehrere methoden auslagern das mache ich jetzt auch mal haben das erste was ich machen möchte ist möchte das hier das möchte ich mir irgendwie merken ich möchte als allererstes wenn diese dieses fragment geladen wird würde ich gerne mir einmal an der zentralen stelle merken mit was für einheiten dieses fragments arbeit dieses fragment arbeiten soll und das mache ich in einer extra methode private void unit und da schaue ich mir erst mal an das kopiere ich ich schreibe es noch mal ich schaue mir an mit was für einem parameter wurde dieses fragment initialisiert also ich kaste den wert den ich bekomme wenn ich mir die arguments anschaue und auf das argument zugreife was mit dem key quantity übergeben worden ist das ist nur zur erinnerung diese stelle hier in unserem navigation graph wir starten dieses fragment mit diesem argument gut dass der typ vom argument das ist der enum wert das ist der key und diese informationen kommen alle in diesem fragment an und die können wir an jeder stelle übrigens von dem fragment auslesen indem wir diese get arguments methode aufrufen jetzt wissen wir schon mal okay dieses fragment soll sich mit längen angaben beschäftigen dann würde ich mir gerne einmal die ganzen einheiten auslesen ich würde gerne sagen unit units ist gleich wie haben wir die wir haben die in die collector klasse gesetzt wir haben gesagt get units for quantity ist die methode diese erste die für eine gegebene quantity das ist die mit der unser fragment gestartet wird alle zugehörigen einheiten abgreift dann haben wir da so ein array wo drin steht millimeter zentimeter meter kilometer es macht jetzt wenig sinn dass sie in so einer lokalen variabel zu speichern deshalb speichere ich mir das gleich in der instanz variabel private unit units und und so soll das auch schauen hier übrigens ganz kurz ein kleiner hinweis ich habe hier was verwendet was man machen kann in java was man glaube ich nicht machen sollte weil es ein bisschen gegen die konvention ist und was ich auch gar nicht machen wollte also ich habe mich einfach verschrieben aber sie können in java wenn sie array array variablen anlegen die klammern entweder bei dem datentyp oder bei dem variabel namen schreiben sollten sie aber nicht machen das gehört irgendwie zum datentypen dazu und so schaut es dann am ende schöner aus wir speichern uns in einer instanz variabel alle einheiten mit denen die dieses fragment arbeiten möchte und was ich auch gleich mache ist ich speicher mir die einheit ein die hier am anfang ausgewählt sein soll also ich merke mir auf ebene des fragments welche einheit denn aktuell in dem spinner ausgewählt ist in einer variabel die nenne ich selected unit und speicher mir da zu beginn einfach den ersten eintrag aus dem array rein warum mache ich das ich habe zwei oder drei stellen an denen ich später in meiner anwendung dieses berechnen von den werten auslösen muss es gibt ja zwei stellen mindestens mit denen die leute interagieren können einmal mit diesem edit fällt und einmal mit dem label fällt am ende soll nach beiden interaktionen die ergebnisliste der konvertierten werte angepasst werden und deshalb speicher ich mir lege ich mir eine variabel an in der ich immer wenn das der spinner sich ändert die ausgewählte einheit angepasst wird so dass ich dann in einer nächsten methode oder in einer separaten methode auf der basis von dieser information und dem aktuell im textfeld eingegebenen wert immer die aktuellen ergebnisse für diese eingaben berechnen kann also diese beiden informationen würde ich einfach gerne als instanz variabel halten das rufe ich hier auf und dann würde ich gerne so eine klassische init ui methode machen die init ui methode in der activity die hat meistens keinen rückgabewert weil wir den nicht brauchen hier ist es jetzt so wir müssen aus dieser on create view methode was raus geben wir müssen da ein view erzeugen dann initialisieren wir diesen view mit irgendwelchen events auf verschiedenen elementen und das geben wir dann als ergebnis von dieser on create view methode raus und wenn ich jetzt diesen ganzen vorgang auslagern möchte dann ist es vielleicht keine so schlechte idee oder es ist eine idee ich weiß nicht ob die schlecht oder gut ist aber ich mache es jetzt einfach mal diese erste ausgelagerte methode in der gesamte user interface initialisierung gehandhabt wird vielleicht auch so zu gestalten dass die ein view zurück gibt die heißt ja nicht mehr nur init ui sondern die heißt vielleicht create create and init fragment view die bekommt alles übergeben was wir so brauchen also eigentlich spiegeln wir die parameter von dieser on create view methode übergeben ein layout inflator was brauchen wir noch wahrscheinlich brauchen wir ähm den parent oder den root in dem wir das ganze initialisieren wollen und alles was jetzt irgendwie mit diesem fragment zu tun hat was oder mit diesem view äh für dieses fragment ähm packen wir in diese methode also zum beispiel das hier das ähm aufbauen von diesem view über den inflator das kommt da rein hier ergänzen ist dann nicht mehr der container der hier übergeben wird weil ich den parameter hier oben benannt habe ähm dann würden jetzt hier irgendwelche weiteren initialisierung schritte ähm folgen und dann würden wir das fragment view raus geben und das alles hier können wir uns in der on create view methode sparen und geben dann hier nur noch das ergebnis von dem methoden aufruf create and init fragment view auf übergeben den inflator ähm und den container hat jetzt alles nicht so viel funktional an der software geändert aber ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt diesen initialisierungsprozess und kann jetzt alles was noch folgt und ich muss ja die den recycler view initialisieren ich muss den spinner initialisieren ich muss das textfeld initialisieren das kann ich jetzt alles in separaten methoden ähm implementieren und die hier vielleicht in dieser stelle aufrufen und eine eine sache möchte ich gerne noch mit ihnen machen ähm ich würde jetzt gerne diesen spinner noch ähm befüllen das mache ich in einer separaten methode private void ähm init spinner oder vielleicht ein bisschen thematisch spezifischer init unit selector und ähm egal was brauchen wir dafür wahrscheinlich brauchen wir das fragment view weil wir aus diesem fragment view äh das spinner element ähm auslesen müssen über die find view by id methode fragment view und äh können jetzt hier anfangen diesen spinner zu befüllen was heißt es den spinner zu befüllen ähm es heißt jetzt wir wollen hier ähm in diese auswahlliste die einheiten eintragen um die es in diesem fragment geht also wenn wir dieses längenfragment haben dann sollen da am ende millimeter zentimeter meter und kilometer stehen damit die nutzer und nutzerinnen hier auswählen können in welcher einheit sie die eingabe tätigen und wir dann auf der basis dieser beiden informationen die eigentliche umrechnung starten so ein spinner ähm der wird befüllt mit einem adapter mit einem array adapter im einfachsten fall der bestimmte werte beinhaltet mit strings ähm im einfachsten fall und ähm dann kümmert sich android darum dass die inhalte aus diesem adapter ähm an den richtigen stellen mit den richtigen layout im user interface angezeigt werden also dann kümmert sich android darum dass wenn ich hier draufklicke diese liste aufgeht und äh wenn ich ein item ausgewählt habe hier dann auch das entsprechende angezeigt wird klassischerweise wird man sowas so machen dass man irgendwo so eine ressource anlegt ähm kennen sie mittlerweile ähm aus android vielleicht sogar in der string ähm xml datei eine array ressource anbieter anlegt und die dann damit verknüpft wir haben jetzt hier aber den fall dass wir das ganze ein bisschen programmatischer machen müssen wir haben ja eigentlich die informationen was da jetzt angezeigt werden soll hier schon drin stehen also wir haben den inhalt von dem spinner so wie er befüllt werden soll mehr oder weniger hier schon angegeben weil sie sehen ja hier immer diese label die ich den einheiten gegeben habe und die können wir eigentlich wunderbar verwenden um dann jedes dieser fragments ähm spezifisch auf basis der werte die wir uns ja eh schon zu beginn ähm in diesem fragment in der entsprechenden instanz variabel speichern äh zu initialisieren und das zeige ich ihnen jetzt nochmal schnell ähm wie man das machen kann also wie ich jetzt auf basis der information welche einheiten in diesem fragment relevant sein sollen ähm die entsprechenden erstmal labels mir sammle ähm also diese strings ähm die hier angezeigt werden sollen und die dann ähm auch in diesem spinner eintrage das ist das letzte für heute ähm ich erstelle mir erstmal eine leere liste wieder mal ähm diesmal aber mit strings da sammle ich einfach nur die ja die labels die in dem spinner angezeigt werden sollen ähm das ist am anfang leer dann gehe ich alle meine einheiten durch ähm mit denen dieses fragment arbeiten soll unit unit ähm units alle einheiten die in diesem array gespeichert sind und für jede einheit schaue ich mir das label an das ist dieser string hier immer und ich habe ja schon an der stelle die reduzierte liste nämlich für die jeweilige quantity äh wir haben die methode ähm um die einheiten alle rauszuwählen die nutzen wir ja hier schon also hier diese methode glaube ich die sie gerade meinen die ähm verwenden wir schon was ich jetzt hole ist ähm ich oder ich hole mir nur aus den einheiten die wir über diese methode schon ähm uns in das fragment reingezogen haben nur noch die labels und ich mache das jetzt hier so ein bisschen komplizierter mit der vorschleife ähm weil ich ja nicht weiß wie viele einheiten das sind also es könnte ja sein dass es für eine quantity irgendwie zehn einheiten gibt und für die andere nur fünf und deshalb versuche ich das jetzt komplett programmatisch zu machen also ich weiß einfach nur es gibt eine beliebige anzahl an einheiten mit denen dieses fragment arbeiten soll ich schaue mir für jede dieser einheiten das label an und dieses label das speichere ich mir erstmal ab in dieser leeren array liste die ich gerade eben angelegt habe dann habe ich auf jeden fall nach diesem schritt schon mal ähm alle ähm ähm labels also alle abkürzungen für die einheiten die in dieser ganz konkreten in dieser instanz dieses fragments erstmal wichtig sind dann der nächste schritt ich habe schon gesagt wenn ich ein spinner befüllen muss dann brauche ich einen adapter und diesen adapter den erzeuge ich mir jetzt an dieser stelle und natürlich könnte man jetzt hier irgendwie einen ganz spezifischen adapter ähm selber erstellen also ich könnte jetzt irgendwie ähm eine eigene adapter klasse schreiben äh und die in meiner anwendung verwenden ich benutze jetzt an dieser stelle aber mal den ähm ganz klassischen vorgegebenen der adapter den android mir gibt das ist quasi die einfachste form eines adapters array auf der einen seite user interface element auf der anderen und einfach der inhalt des arrays wird verwendet ohne irgendwelche weitere spezifizierung um äh die jeweiligen stellen von dem user interface zu befüllen es ist ein adapter mit strings es geht ja um strings um diese labels äh der heißt jetzt auch einfach nur adapter weil den brauchen wir nur an dieser stelle in dieser methode an keiner anderen stelle weil da kümmert sich dann android drum dass das ganze ähm sauber gehandelt wird wenn sich irgendwas ändert wir erstellen einen neuen array adapter ähm ein string und jetzt brauchen wir ein paar informationen wir brauchen den kontext den können wir im fragment immer ähm mit der get activity methode auslesen wir brauchen den ähm den ähm den ähm den ja activity context ähm für dieses fragment also nicht irgendeinen kontext sondern der activity context ist glaube ich hier schon an der stelle relevant und die kriegen wir mit dieser get activity methode an jeder stelle des fragments raus dann brauchen wir als dritten parameter ich nehme jetzt erstmal den dritten weil der ist einfacher zu erklären ähm das array mit werten dass dieser adapter verwalten soll und als zweiten parameter müssen sie sagen mit was für einem layout diese ähm diese einheiten in der auswahlliste dargestellt werden sollen also wie soll das ausschauen der inhalt von diesem spinner wenn ich eins dieser einheiten als nutzer oder nutzerin auswähle da könnte man ein eigenes layout machen man kann aber auch ähm ein vorgefertigtes layout verwenden und ähm muss ich ganz kurz überlegen ob ich ihnen nicht gerade was falsches gesagt habe stimmt ich habe ihnen gerade ähm was falsches gesagt was ich ähm hier übergebe ist nicht das layout für die auswahlliste sondern an der stelle übergeben sie äh das layout für äh die darstellung des ausgewählten ähm wertes also wir sprechen jetzt über natürlich kann ich so nicht starten ähm wir sprechen über das layout was android verwendet um den ausgewählten wert also nachdem ich über den spinner eine der möglichen einheiten ausgewählt habe dann in der app anzeigt und dafür und deshalb diese lange vorrede ähm habe ich tatsächlich ein layout vorbereitet das ich ganz normal über die die a klasse ähm warum funktioniert das nicht dachte das hätte ich vorbereitet lassen sie mich mal kurz schauen okay dann nicht ich glaube ich habe vergessen im starter paket die xml datei auszuwählen ich hatte nämlich ich wollte ungern das standard layout an dieser stelle verwenden weil das diese labels nicht so hübsch anzeigt aber das machen machen wir jetzt einfach mal so wir nehmen das standard layout was man immer verwenden kann wenn man so ein spinner benutzen möchte äh das findet sich glaube ich unter android r punkt layout simpel spinner item genau das ist ähm das standard layout was android verwendet um in einem spinner den ausgewählten eintrag anzuzeigen dann sagen wir dem adapter wie es die liste darstellen soll auch hier wieder hätten wir jetzt die möglichkeit eigene layouts anzugeben also wie wollen sie dass diese einzelne items dargestellt werden in dem moment wo der nutzer oder die nutzerin den spinner aktiviert und diese drop down liste anzeigt das wird über die drop down view resource methodik angegeben und auch hier belassen wir es jetzt wieder bei dem standard simple spinner drop down item layout was android uns vorgibt nochmal an beiden stellen könnten sie theoretisch ein eigenes layout definieren das hier zu überschreiben ist wenn ich mich richtig erinnere ein bisschen problematischer als das hier aber theoretisch haben sie wie überall in android die möglichkeit relativ flexibel das user interface ihre anwendung selber zu gestalten das letzte was wir jetzt noch machen ist wir selektieren den spinner selber also dieses eigentliche element was jetzt durch diesen adapter befüllt werden soll dazu haben wir den fragment view als parameter übergeben das ist ein ganz normales view oder eine view group auf der wir die find view by id methode aufrufen können und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege dann müsste das unter unit select zu finden sein wir können auch zur sicherheit nochmal reinschauen in das layout genau das ist hier dieser spinner den wir gerade initialisieren da hat die id unit select den selektieren wir an dieser stelle speichern das in dieser lokalen variabel sagen dem dass es den adapter verwenden soll den wir gerade mit diesen programmatisch geladenen labels befüllt haben und dann ergänzen wir noch unbedingt den aufruf dieser methode die wir gerade angelegt haben in der create and in it fragment view methode übergeben das fragment view was wir inflated haben als parameter oder als argument an diese methode damit wir dann dort auf zum beispiel dieses spinner element zugreifen können und starten jetzt einmal unsere anwendung noch und dann sehen sie dass jetzt hier diese labels erscheinen die haben wir über diese collector methode gesammelt haben die in eine list reingepackt und so dann programmatisch diesen spinner befüllt das funktioniert bei all diesen kategorien jetzt auf die gleiche art und weise weil wir immer weil wir immer mit einer neuen vorgabe was die zu verwendenden einheiten in die jeweiligen angeht in die jeweiligen fragments starten also immer über dieses umschalten oder dieses setzen von den unterschiedlichen argumenten lädt unser fragment zu beginnen immer ein anderes set an units in diese in dieses fragment rein und damit können wir dann zum beispiel spezifisch dieses diesen spinner initialisieren so jetzt muss ich leider an dieser stelle es tut mir ganz furchtbar leid abbrechen für heute danke für die aufmerksamkeit danke auch an alle die sich das dann vielleicht noch als video anschauen ich hoffe es hat vielleicht ein bisschen wieder eine kleine lücke zwischen logik und user interface geschlossen diejenigen von ihnen die jetzt noch da sind vielleicht können sie mir jetzt einfach schon mal schnell rückmeldung geben sollen wir da noch eine sitzung zu machen und noch ein bisschen weiter in richtung user interface implementieren oder ist das jetzt von ihrer seite auch erstmal genug zu dem beispiel also schreiben sie vielleicht noch mal ganz kurz was in den chat rein wenn sie noch da sind ob sie da noch mal weitermachen möchten ähm xml's wären interessant okay da das könnten wir vielleicht auch mit ein paar kommentaren oder so erledigen aber wenn jetzt von ihrer seite nicht ganz großer bedarf darin steht dass wir auch den rest zusammen implementieren dann würde ich sagen dann würde ich sagen stelle ich das vielleicht noch mal zur diskussion im discord aber vielleicht war es das dann jetzt heute für den einheiten converter und wir sehen uns dann aber auf jeden fall am freitag noch einmal mit einer neuen mit einem neuen live stream und da müssen wir mal schauen ich glaube dann haben wir noch eine woche kurs also mindestens noch einmal den live stream und wir werden wahrscheinlich auch noch mal kurz vor der klausur vielleicht dann in der übernächsten woche noch mal einen termin machen wo wir vielleicht noch mal ganz spezifisch auf die organisatorischen sachen in und um die klausur dann eingehen jetzt aber schluss für heute haben sie noch einen schönen abend und bis dann ciao